Hallo Leute, ich zeige euch, was diese Tür passiert ist. Oh, das kann ich nicht mehr drauf. Das ist eine komische Tür. Zeig mal. Schau mal die Lichter aus. So, ich würde sagen. Ich fahre gleich mit. So, ich würde sagen, ich fahre gleich mit dem Kastenstock. So, dass man das sieht. Das kam und ist. Das hatte ich auch eine bestimmte Zeit. Das ist diese Tür. Ups. Ich habe auch entdeckt, dass die Annahme gar nicht funktioniert. Das ist so gut. Das ist ein Schaßkopf der Annahme. Ich zeig mir auch ein Zeichen. Ich würde sagen, wir meistern uns heute im Klop. Ich fahre gleich mit dem Schaß. Ich fahre gleich mit dem Schaß. Ich fahre gleich mit dem Schaßkopf der Tür zu. Dann drücke ich gleich auf die Zahl, auf die Blödsinn, und schaue die Blödsinn. Guck in die Blödsinn. Das ist mit dem Schaßkopf. Das ist mit dem Schaßkopf. Das ist mit dem Schaßkopf. Ja, zwei, drei, drei. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich probiere es mal mit. Das ist so komisch. So, jetzt auf die Werte, fertig, los. Gut, ihr habt das gesehen, ich bin vorhin zu, weil ich auf B gedrückt habe, das ist echt ein uralter Aufzug. Ich hab da schon mal geheizt, ich hab da draußen, dass sie so alt aussehen. Gleich mit dir ist das jetzt mal wieder zu machen. Ja. Ah, du musst mit auf die Tür wieder. Ich hab jetzt brauche. So, jetzt sag ich mal diese... Sehen wir sie? Sch, sch, leise. Du kommst jetzt erst, die Tür geht aber jetzt zu. So. So, hallo Leute, ich kann ein Video zeigen von diesem kaputt, komische Tür. Gut, was ist das? Oh, ich hab das... Ich hab auch mal ausgucken, ich kann auch mal anpassen. Ich hab mich gefragt, was das eigentlich ist. Ich danke, die Tür geht zu. Ich hab mich gefragt, was das eigentlich ist. Ich danke, die Tür geht zu. Ich hab mich gefragt, was das jetzt gemacht hat. Ich hab mich gefragt, jetzt ist das ein Rad. zum wohnen sieht er aus ist das eigentlich ich glaube dreck ich komme jetzt staub ich will sagen ich bin schon fertig ich muss die türen zu ich lasse am besten offen dass die Leute fahren können ich lasse am besten zu dass die Leute wissen dass die türen oben ist so vielen Dank fürs Zuschauen dass die Leute sie haben sie haben sie haben sie haben sie haben